ULTIMATE DESTAIR LIVE So! Ja, ich nehme die, ich behalte die. Ich hatte jetzt keine Pistole, aber ich habe... Ich sehe hier keine. Komm, nächstes Konzert? Ich weiß gar nicht. Das sieht so aus. Oh, das ist das Finale sein. Let's go, ne? Alter, sind ja schon wieder viele. Boah. Ey, der steht einfach nur da. Ja, das macht er gut. Genieß die Situation. Das ist eine gute Rhythmasache. Oh. Oh, shit. Und Molly. Sehr schön. Und ein Basie. Boah, ich fand's halt... Ich fand's halt... Pipe, hier drüben. Hier ist auch eine Deagle. Uh, nehm ich gerne. Und... Hier ist noch der Modelskopf. Ihr könnt noch jemand nehmen. Jockey von links. Willst du auch den Modelskopf mitnehmen? Äh, ich bin voll. Ähm... Ja, doch. Wo ist er? Äh, Ramidos. Noch nen Inventory-Slot frei. Den trinke ich auf X. Hm. Das ist ein guter Heineken. Wobei ein, äh... Molotow aus Bier sehr ineffektiv wäre. Äh, was? Was meinst du? Noch nie nen Doppelbock getrunken? Ja, gut, aber... Fuck! Schon wieder, Alter! Ich geh um die Ecke und seh ihn halt einfach. Das sah bei mir halt nicht anders aus. Ouch. Okay, gut. Bin das nicht oder halten wir eben recht wenig aus? Uhuh, Bumpercars. Ja, das ist voll witzig, wenn so ein Bumpercar, Alter, von Tanki nicht reingeschmissen wird. Hallo, Alice? Bitte? Nicht? Der Chopper. Jockey auf mir. Ja. Aber wie viele sind wir hier? Und das ist anscheinend... Alice, kommst du zurecht? Es ist Alice. Es ist Alice. Jetzt riecht dich am Magnet. Alice! Alice ist... Alice ist Alice. Alice will be Alice. Ich halb mich mal kurz. Ich find's halt so cool, dass du diese Spiele auch wirklich spielen kannst. Fuck. Irgendwo ne Witch. Ja, ja, ich spiel grad aber Wack-A-Mount. Das ist das Wichtige. Ja, geradeaus. Direkt geradeaus ist die Witch. Alter, hörst du auf mein Wack-A-Mount hier. Zu verfälschen. Da kommen wir aber recht leicht vorbei. Nie, kümmert euch mal um die Witch. Ich spiel hier Wack-A-Mount. Können die eigentlich recht leicht umgehen. Indem wir hier ums Haus rumgehen. Oder auch nicht? Ne, können wir nicht. Ne, können wir nicht, okay. Aber hier. Ja, aber vor uns gehen wir ja so, dass die Witch die sowieso wieder nicht. Ich nehme das jetzt. Oh, Alice. Ach du bist das. Oh. Weißt du, wenn ich in den Rücken geschossen werde, das ist halt... Bin ich jetzt nur daran gewöhnt, dass es Alice ist. Es ist 97. 90% erfällt, ist es auch alles. Und definitiv mit dich. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig nach real life an, halt. Ich carry und werde in den Rücken geschossen. Ja, nochmal. Du carryst gerade in welcher Ball oder was? Bist du jetzt mit deinem Stall? Hä, ja, ich hab Wack-A-Mount gewonnen. Äh, da muss man nicht hoch. Hab ich festgestellt. Gib sie auf? Ja, wohin? Anderer Stall. Ja, hier rechts. Da geht's in den nächsten Stall. Da ist ne Pipe. Ich nehm die Pipe. Und hier gibt's Waffen. Und einen Fanta. Und einen Molly. Ja, den Molly hab ich weggeworfen, um die Pipe zu nehmen. Ja, gut. Gibt's oben noch was? Haben wir die Goodies? Wir müssen aufs Dach. Wir müssen aufs Dach. Wir müssen aufs Dach? Hä? Wieso konnte ich jetzt diesen ganzen Scheißweg um diese dämlichen Stelle drum rum gehen? Und dann ist da einfach nichts? Tja. Diversion. Ja, da müssen vielleicht doch nie aufs Dach. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen hier runter. Jaja, wir müssen aufs Dach. Ich bin nur völlig falsch gelaufen. Ich warte mal auf dich kurz. Naja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Gut. Fällt mir. Fällt mir. Aufhör da vorne. Und mich? Genau, mich erwischt der halt, ne? Sicher. Das ist der Button. Schmeiß mal Molly dahinter Ihr könnt auch euch hier hochstellen Das wär ne Idee Ich hab nen Smoker Ich seh's Soll ich nicht bliebwerfen in den Hals? Ich hab ihn ganz leicht dann auch von der Explosion wegespottet Ok geht's open, ab zum Safe-Room Micha wieder der Smoker Derselbe? Ich glaub ist es derselbe So, da vorne ist das Gitter Ok wir müssen rennen Müssen wir hin? Doch die Tore hier Links neben dir Boah das hört nicht mehr auf Alter ist mehr Ich komm hier nicht weg Ich auch nicht Hat keiner ne Kettensäge? Nein die ist schon seit zwei Kapitel leer Ach du scheiße ist ne Menge Unfreiwillig zieh ich sie gerade Das ist für euch Ich kann nicht so mehr Ja klar werft halt auf mich Ja klar werft halt auf mich Ich bin von Afrika Fall so Smoker hat mich 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 zwei Meter vorm Safe-Room Oh Rein, rein Leute Ich komm nicht weiter Ich komm keinen Meter weiter Ich komm keinen Meter weiter Ich bin da Nein komm rein da Das ist ja Ich geh rein Ich geh dir Feuerschutz Lauf Geh Tür zu Mach die Tür zu Es ist das beste So ist es das beste Oh Ja tut mir leid Leute Aber ähm Ich schnapp mir die ganzen Medipacks Warum schnappst du die ganzen Medipacks? Weil ich's kann Als ich im Als ich im Safe-Room war Hab ich's ja auch nicht genommen halt Tja du Du und ich Wir sind nicht gleich Ja ich merk's schon Das merk ich mir halt Also ist das ein Telltale Spiel oder was? Telltale Left 4 Dead Das war ein Clusterfuck war der schon am Ende Ich weiß es Diese Session ist wirklich cursed Kannst du sagen was du willst Was ist das Ist da Ist da jetzt eigentlich noch Medipacks übrig? Ich hab auch keine Muni mehr Ja 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 Oh Hier haben wir ne AK Das gefällt mir Ich bin ein bisschen traurig dass wir keine Mac-10s duwilden können aber Okay Oh wir müssen am Ende in der Müssen wir diese Lichtshow starten Ah ja ist gut zuerst Ähm Damit ist es einfach Da ist genug Feuerwerk Das schöne Feuerwerk aus Polen Wovon du dir schön die Fingerkuppen weg sprengen kannst Plus mehr Ich hab jetzt irgendwie erwartet ich geh um die Ecke und seh den nächsten Tank halt Irgendwie schon Oh ne Horde Jetzt schon Ja Warte Huch An Freund und Feind vorbei und auf mich drauf Schönen Ziel suchend Schönen Ziel suchend Ja Den hättest du schon mal irgendwie einstecken können für mich wie wie Oh wow Okay Da Geh Bereit Auf jeden Oder Was Einfach starten oder 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 Passt Oder Passt Hast du jetzt einfach auf den Knoll gedrückt oder wie Ja Fralli Nein Nein Da warst du nicht gleich schon Also ja aber Well yes but actually no Ach da oben müssen wir Ja wartet mal noch mit dem Knollchen drücken bitte Okay Zehn Neun Ja das sind da unten sind auch Feuerwerks Das sind die Vorräte Das sind die Vorräte Das sind die Vorräte Das sind die Vorräte Okay sind wir soweit? Nein Sind wir jetzt soweit? Nein Jetzt Sind wir jetzt soweit? Ich werde mich ganz gerne auf Feuer heilen Spinnst du? Ja Oh hier ist ein Medischrank Hier ist ein Defi Vier Ich hab den Defi mal genommen Sehr schön Und ich geb euch Feuerschutz von hier oben Klingt gut Okay Warum fragt ihr? Weil ich's kann Let's gooo Warum ist dein Ton höher? Hehehe Hehehe Ähm Let's get the show on the road Oh das wird gut Hm Ich hoffe nur das ist keine Copyright Musik Glamour Splitter von links Wexniped Der Pipe wär nicht schlecht Aber noch kann ich alles haben Ich hab Humerkotze Und Nolli Den hunderten Lipperen zwei Treppen Ganz am Ende Sind auf jeder Seite ein Ölfass Ölcontainert Ich find's ja auch super wie ähm Fuuuuckings bitter Wie dieses komplette Konzert einfach Playback ist Ob's anders ist Ob's anders ist Wie die Band da ist Weiß ich nicht Ach guck Nein Geocraft der Ist du da Ist du da Auf der Seite Wo Wo bist denn du? Hinter meinem Hinter meinem Power Ja ich bin auch Ja hat er mich einfach von meinem Tun gezogen Macht er das? Ja machst du nix Ich glaub der war gerade nicht Scharf da Was macht die denn da? Ach du bist down Ja Hallo? Danke Wir müssen Muni aufstocken Die Jockey Der Jockey Der Jockey kommt halt in meine Richtung glaube ich Und der Tank hat mich einfach Der Tank hat mich gesniped Ich bin auf dem ganz großen Turm Und ich bin down Ich bin auf dem ganz großen Turm Ich weiß nicht irgendwann Anybody? Ich treffe den scheiß Kanister nicht Was soll das? Nein Ich bin down Am Unter dem Ende von Rufflestorm Okay Wer steht da eigentlich Neben dem Tank Und lässt sich eigentlich voll in die Presse Hauen Das war alles gut Ich kann verzeihen Kann verzeihen Und Ah Smoker hat mich das war's Ich seh noch Wir haben hier vorbei gezogen Das war ja ein Reinfall Ich hab wirklich kein mehr verrufen Also no shit Ich hab eigentlich erwartet Dass wir die komplette Kampagne First Try schaffen Aber Ja Ich hatte auch Erwartungen und Ziele Ich hatte auch Erwartungen und Ziele Wir waren alle mal jung und dumm Ich habe noch vorgen Ich hatte auch einen perspectives Weisenher Wir schauen nach Dann beginnen wir Der Im Wir Ich bin ich glaube brauchen einen besseren schlafen einem sniper tower voll gut aber irgendwie ist seit jeder links und rechts von mir gestorben und ich habe mein bestes gegeben und dann was man was mein tod war war dann dass der tank also erstens mal dass ich nur noch acht leben hatte und dass der tank mich halt einfach von meinem sniper tower untergetaucht und das stein was dann richtig richtig blog ist es auf der lab ist halt einfach spitter auf den turm hoch ja aber gut wir müssen es irgendwie balancen dass du nicht einfach da nur campen kannst einfach weil er einfach beide etagen abdeckt und ich wusste halt nicht ob ich jetzt hoch oder runde ist tot und dann war ich tot naiv oh hier sind mollis dem ich auch immer gerne ja oder man wusste nicht mollis sind nicht da wo ich dachte hier ist noch ein defi und ein north energy was sind die was sind die was sind die fässer hinten scheiße die fangen wir an ne ja die fässer sind jetzt gerade zerstört worden ganz gut feuerwerk smoker danke hunter hunter tot ja baby rock'n'roll ging's bitter auf mir auf dem turm wir sollten vielleicht mal zusammenbleiben ich hab doch gesagt ich bin auf meinem sniper tom wir sind wir im baritone bis jetzt da ja der jockey kommt zu mir der jockey hat mich bald der jockey ist zweimal mehr vorbeigesprungen der jockey ist zweimal mehr vorbeigesprungen gg der jockey ist zweimal vorbeigesprungen ich hab einen gezündet halt wo ist der hunter der ist auf deinem turm anna doch am ende ganz unten auf deinem turm er ist jetzt ins nirvana gesprungen anna ich glaub den hab ich erwischt kurz muni aufstocken no scope nico 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 Sullrow b und nfs dann von rechts noch irgendwo es ist ausgegangen daig 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 ähm muss ich es nochmal neu starten ah ne geht schon weiter b roh b prof oh baby die blase drückt war ein sehr ungünstiger zeitpunkt jetzt hier so mitten in der kampagne aber das adrenalin ist das punkt ich bin ihm gedodget und geweeved und gestraved und wie heißt das keine ahnung banni hoppt oh hand auf mir zeit von monster energy ich glaube ich trau mich mal ganz kurz auf die bühne und von dem money und ich tue das feuerwerk auch mal ein bisschen anders verteilen weil oben bringt es doch ein bisschen mehr tank von links oder rechts muss ich auch gleich mal heilen ich nutze mal die gelegtheit während er lässt ihn mit seiner hohen stürmen verteidigt ja rock'n'roll baby ich glaube tank hat er vorab mal in power getanked ist gerade ein bisschen sehr laut ah was und die nächste heute und noch ein tank von rechts tank äh versuche ich mal wieder zu snipen ach so chopper ab in die mittel ja hoch und rechts wie gesagt da steht ein tank zwischen mir und dem scheiß chopper der tank hat mich zum hd katapultiert gut 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 tank ist einfach an die team und der tank steigt auch gleich mit ein yes gg ah das war doch gar nicht mal so schrecklich habe ich die kampagne noch nie fertig gespielt ich dachte schon ich auch nicht ich hab eigentlich ja fertig gespielt aber alter war das ne shit shop ohja oh man aber hat spaß gemacht hm das nahe bestens größte opfer dieses mal ah rami und smiley also sieh mal an ja ja meist male kills ich 211 dankeschön dankeschön mach doch gerne ja meistens smoker gekillt meistens charger gekillt mhm mit der kettensäge ist das nicht so schwierig ja ich hab auch die meisten normalen zombies äh infektet ja dankeschön dankeschön ja das ist nicht so schwierig wenn smiley und igelich halt ich hab wenigstensäge genommen damit du alleine in den safe room kommst und du die dann alle health kits schnappst schnappst ja spiel doch mal besser ich hab eigentlich 3 abbekommen wenigstens neun prozent headshots halt wenigstens immerhin so ich muss dann hier mal kurz den sound ein bisschen niedriger stellen weil er doch mal in den roten bereich kommt so als nächstes äh was kommt als nächstes ist naja ich geh jetzt erstmal jedenfalls wohin und dann bin ich da gegangen als nächstes käme Sumpffieber ich weiß nicht ob ich da heute noch Lust drauf habe einfach nur no einfach nur no oh god ähm ja dafür brauche ich noch ein bisschen mehr zu trinken nein wollen wir das heute wirklich angehen ja es ist erst öfter es ist schon spät und so und es wird dunkel schon seit vier in dunkel ich muss morgen früh raus irgendwie vielleicht ausreden alles noch ausreden bleibst da ja ich muss noch meine nägel lackieren ja gleich wieder an hallo liebe leute aus dem stream von ultimate disperse scheiße er ist wieder da ich konnte seinen stream nicht übernehmen fuck ne 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 so läuft es hier nicht ahhhh ich war kurz davor knapp ich hab irgendwie meine füße wund gelaufen so es kommt davon immer so hart arbeit hallo liebe leute ich bin äh 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 der neue smiley ich übernehme smileys livestream lol welcher livestream pleb fuck no ja ja du lachst du lachst wahrscheinlich ist er der größte der größte streamer von allen halt von uns wahrscheinlich ist er der rumänische streamer der so äh hier deinen epic games gehackt hat ihr habt doch nicht nachgesucht ist immer noch möglich epic games gehackt und ist auf rumänisch gestellt ja das ist das ist wirklich ein ein mysterium wieso mein epic games so komisch ist wahrscheinlich war das überhaupt nicht dein akkord wo ich damals eingeloggt habe hast du zufällig den akkord für den anderen benutzt das mag sein ey wisst ihr was voll witzig voll witzig ich hab grad gemerkt dass mein mikrofon für meinen livestream die ganze zeit gemutet war was eineinhalb stunden oh bitter naja man hat euch die ganze zeit gehört aber mich halt nicht ja gut bei mir bist du dann das heißt bei mir bist du dann auch bei der youtube serie die dann irgendwann vielleicht mal ein paar monaten kommt bist du dann oh ist das peinlich Gott sei dank löscht sich dieses video nach zwei wochen automatisch du kannst es auch früher löschen wenn du magst oh man ja muss man gemacht haben mhm ja das ist glaube ich jedem schon mal passiert außer mir gut ich hab eh nur zwei zuschauer einer davon bin wahrscheinlich ich und der andere bist wahrscheinlich du ja wahrscheinlich ja dann hat eh keiner den stream geschart ja kein groß kein ohne Verlust nur aus du das ist ein das ist ein